Ob ich jetzt wenigstens eine Person oder so habe, oder keine Ahnung, was das mir ist. Insofern, ja, ich habe relativ viele positive Vibrations-Feedbacker in letzter Zeit gehört, wo ich mir denke, wie weit ausgerechnet ist. Und plötzlich, ich habe nicht, was meine Meinung hat an den Biostrategien, sondern, ah ja, wir gucken mal, das ist eine Wanderei, ah, das ist cool, ah, wie leid, die ich kenne, die wissen, komm, gefickt dich einfach nicht mehr, ähm, wissen plus und mehr, wie ich sie, halt auch die Leute, die manchmal auch mein Video gucken, lauschen oder wie immer, oder, ja. Ich meine, die Leute müssen noch viel, tatsächlich, wie ich ein bisschen sie nahe, äh, so, ich weiß es nicht, da ruft mich immer, ähm, ähm, ich kann mal keine Reise auf diese Sachen machen, wo ich mir denke, so, okay, ich weiß es, ich weiß es einfach nicht, so verschiedene Sachen, wo ich mir denke, so, okay, das ist das komisch, privat, ähm, ja. Ja, wie gesagt, das fand ich ein bisschen komisch, aber das würdest du machen. ähm, ja. Ja, das ist ja bis, äh, äh, ja. Ja, das ist ja bis, äh, äh, ja. Das ist ja bis, äh, ja. Das ist ja bis, äh, ja. Das ist ja bis, äh, ja. So, äh, ja. So, ähm, das ist ja bis, äh, ja. Klar, äh, ja. und den Organisateur eventuell ein bisschen sich vergraubbar zu den Sachen, die ihn sonst organisiert. Ähm, ja. Wie gesagt, ich möchte den Titel so zu sehen, oder was? Nee, ich möchte den Titel nicht so zu sehen. Das ist dann länger vor, nur an einer Woche zu wucheln, maximal. Ich möchte verschiedene Leute wissen, wo genau schon vorwärts sprechen. Ähm, ja. Wie gesagt, alles, was über Gaming angeht, ähm, die sind immer relativ skeptisch, immer. Weil Gaming, Solo Gaming, Gaming, also in so großem Grafsverkost wird. Gell? Also, das wird, äh, was ich mache, was ich gerne machen. Da muss ich auch mal Leidenschaft machen. Heinz der Mei, Heinz der Männer. Und, ähm, wenn Leute hier bekommen, und das üblich an den Direkt zu sehen, gehen wird, ähm, sie wird, ähm,温, wenn sie�hle oder falsche intentionen drogen, ähm, oder zurückgeben, ähm, sie wird, ähm, mit... ähm, sie wird, ähm, sie wird, ähm... Sie wird, ähm, mit ähm, sie, ähm, sie wird, ähm, so sagen, dass... äh, eben, sich nicht korrekt verhalten, ähm, ähm... зachen, ähm, benutzen, wo wirklich, ähm, öphetsieler ist. nicht nur für dein Profit, warte ich sage Profit, aber für dein Vierdeel aus, indem du Reichschweig-Schüsse-Vols generierst auf deinem Kanal. Da wir sind schon immer ein bisschen kritisch, übrigens, ähm, ist hier nicht den, wo ihr könnt von dort, ihr könnt, ja, guck mal, hier wird ein YouTuber oder ein SPL oder ein Ding, und ihr schlappet, ja, guck mal, wie man der tote Lotto an so. Hype! Nee, da fangen wir schon mal direkt an, für was Hype, an was geht es so Hype? Was müssen das in Hype werden? Na okay, das geht es schon, das ist schon, umgegangen, andere Leute zu machen, das wird es damit aus nicht an der Reihe, weil es eigentlich andere Leute ausnahmsphysisch nicht führen können. Ähm, Why Hype? Und das sind verschiedene Leute, die können, die können das irgendwie nicht verstehen, warum ist das Problem nochmal davon. Aber natürlich, das ist das Problem nochmal da. Da sind Leute so, ja, mich guck mal da hinten, hier ist aber Kackewell, äh, ja, hier ist Kackewellen, die Sachen mischt. Ähm, die Leute so, ja, mich guck mal, das ist auch gut. Oder wann die Organisation nicht mischt. Oder verschiedene Organisationen. Ähm, Ja, dafür ist mein Hobby, wo ich, äh, wo ich, äh, wo ich schon so lange mache, immer ähm, relativ falsch, dass ich so, ähm, ähm, ne, ähm, ihr, ihr, ihr seid ja Hype. Überleg mal ein paar kurz, und da geht es jetzt, egal für welchen, äh, Sachen es da muss, ähm, ähm, für welchen Plattform, ähm, 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 Sie sind pessimistisch, wobei weiter nicht. Sie sind realistisch. Optimistisch gut nicht. Optimismus wird neu in der Welt halt einfach verloren. Meistens nicht, weil immer, wenn ich erst, wie so, ähm, kommt, yeah, cool, nice, fremisch, look. Dann sind ich meistens, ähm, wie sollst du dazu? Gefickt gehen. Oder nicht gefickt gehen. So an, an dem Genre. Nehm, aber nicht, dass ich verstehe Sachen, ähm, ähm, äh, ich glaube, wenn du mal viel zu viel schnell den Hype runterrömst, ähm, ja, guck mal, nice, huhu, fremais, ja, komm, na, mein Flaschampus, oh, huhu, schwitzmais, vollmaischampus. Äh, pfff, äh, äh, nee. Ein so bisschen nivellieren, der fängt vorne an, vermischt ihn. Persönlich. Ich wollte bloß schon so personellemont, wollte ich so, aber nein, persönlich. Du musst ihn dann tatsächlich gucken, nebenan, ja. Also, die jungen, die damen, die Herren, die Mann, wo keine Kären, um die Römer. Oh, schön, warte, auch schön, du, da hundschön, noch. Ähm, ähm, wie kommen vier rund, hab ich gesehn. Wie kommen gut vier rund, aktuell. Ich hab nicht geduld, dass wir so gut vier kommen, hätte ich schon nicht geduld. Bei weitem nicht. Wo hast du nicht geduld? Ja, ist schon nicht geduld. Äh, ja. Äh, ja. Ich denke gerade drinnen. Ähm, ich fahre den Film mit Gucken aus, aus Grön. Weil doch schon ein Jahr noch viel auf Grön und Gucken waren. Ich kenne bestimmte Transformers. Ja, Transformers Hype. Äh, ja. Wie soll ich halt ein bisschen drücken? Ähm, das ist auch die selbeste Bullshit. Ich kann ja Fan von etwas sehen, das ist auch legitim. Richtig. Ich soll nicht als legitim, ähm, wie haben wir sie gebaut? Okay, ich weiß doch nicht. Ähm, das ist auch legitim. Ähm, das ist auch legitim, also nicht. Ähm, nicht mehr. Da muss ich doch so bauen, oder? Ah, nein. Ah, nein. Da nicht. Da nicht, da nicht. Und wie gesagt, das ist legitim, wenn ich Fan von etwas was. Ich bin ein Freund, dass ich Fan von... Irgendetwas, huuuh. Und ja, wir haben Transformers ehrlich gesagt. Und das ist doch immer das selbeste. Ja, wir gucken mal, dass wir heute haben, wie schwer es. Wow. Wow. War cool, ich verwandle sich leider nicht an Indeia, wie nur die Schwert an das Last Knight. Wow. Äh, ja, äh. Also mal. Äh, nee. Nee, sorry. Transformers, äh. Die erste zwei, die waren cool. Die erste war genial. Ähm, Ähm. Mit du noch... Ach, das... Das ist doch einmal der selbeste Rotz. Sorry. Ähm. Da steht das gleich drin. Ja, wir kommen, wir kommen, wir kommen auf die Tür. Ja, das ist einmal der selbeste. Battlefield ist der selbeste an Transformers Filmen. Das ist langweilig. Optimus, Primus, ja, ihr rettet Welt. Wow, cool. Transformers retten Welt. Wow, cool. Ich will mal gesehen, dass die Base gewonnen. Bitte. Die letzten Transformers wusch gesehn. Das war dem, ähm, den dritten, wo, äh, wo, äh, äh, The Dark Side, äh, blablabla. Das ist die letzte wusch gesehn. Oh, die war schon so, äh, ja, okay, cool. Nice. Die war schon nicht extra, äh, das ist so, wow. Dafür gehen ich mal die Beine ausgaben. Nee, so gut wie. Nice. Nee, war nicht. Sorry, wenn verschiedene Leute eben, äh, lach aufpissen und beinpissen oder so. Ja, guck mal, du selbst ist kein Transformers. Ja, du hast Transformers. Nee, ich haß nicht Transformers. Schon in Transformers geguckt, wo ich lange ein Bub war. Und schon gerne geguckt. Me, da tut das doch einfach nicht mehr. Äh, der zählt für schnull auch 15. Da hat man schon alles schon gesehn. Und, äh, wie ehmol. Und, äh, äh, ist einfach nichts Neues. Bei dem besten Willen, äh, äh, ist einfach nichts Neues. Das ist immer derselbe. Ja, meh, wie kann's jetzt so nicht? In Hüte aber, äh, Schwert. Ja, wow, cool. Äh, hat sich geändert in Hüte, äh, Schwert. Nice. Ja, da kann's auch immer so, äh, tatsächlich, dass Kallifluti sich ändert. Punkt. Punkt. Punkt.